Hallo, mein Name ist Roland Lai. Ich komme aus Eichstetten am Kaiserstuhl. Das ist eine gemüsebautreibende Gemeinde. Ich bin die vierte Generation in unserer Familie als Direktvermarkter in Obst- und Gemüsebau. Wir machen hauptsächlich Direktvermarktung und Obst, Gemüse, was bei uns auch pflanzt, komplette Saison. Dienstag und Samstag sind wir auf dem Münsterplatz und ansonsten machen wir noch Abokistenvermarktung, wo wir die Leute direkt das Gemüse vor die Hörstür stellen.